Der Schlitten flog vorbei am Fernsehturm, überflog das Curry 36 und über dem ehemaligen Flugplatz Tempelhof. Erinnerte er sich an die Happy Christmas Feiern der amerikanischen Soldaten, die dort fern von ihren Familien die Festtage begangen hatten. Vorbei an der Mariendorfer Trabbrennbahn und zum Landeanflug auf den lichten Raderdamm. Obwohl es schon 25 Jahre her war, machte er einen extra Bogen über die ehemalige innerdeutsche Grenze und seine Gedanken gingen zu den Menschen, die damals in der Heiligen Nacht mit Kerzen an der Mauer gestanden hatten. Stille Nacht, heilige Nacht klang es aus dem geöffneten Oberlicht des Seniorensitzes Tannenruh. Hier war die Stimmung wesentlich besinnlicher als in dem Waisenheim. Die Anwesenden waren voller Demut oder aber durch Demenz und Alzheimer in einer anderen Welt. Trotzdem, sagte sich der Weihnachtsmann, hatten gerade die ein Anrecht auf glücklich sein. Vielleicht sogar mehr als die Kleinen, denen Verlust und Schmerz erst noch bevorstand. Er kannte die Senioren schon seit Jahren, hatte einige von ihnen kommen und andere gehen sehen. Wünsche wiederholten sich Jahr für Jahr, manche konnte er erfüllen, manche nicht. Sie hatten ihn nicht einmal bemerkt, wie er sich bei ihnen niedergelassen hatte. Erst als die Orgel verklungen war, gewann er ihre Aufmerksamkeit. Hier war alles anders. Sie sagten keine Gedichte auf, kamen nicht zu ihm, setzten sich nicht auf seinen Schoß und klatschten auch nicht verfreude in die Hände. Sie strahlten ein stilles Glück aus, weil er sie nicht vergessen hatte. So schlenderte er durch die Reihen, sprach hier ein paar beruhigende Worte, streichelte dort eine Hand. Und Luise, die seit Jahren an Herzwasser litt, hatte eine Schachtel Pentobabital mitgebracht. Sie hielt seine Hand fest, küßte sie. Ihre Augen glänzten vor Dankbarkeit. Als er sich nach ein paar Minuten umsah, war sie verschwunden. Robert, den sie schon vor langer Zeit beide Unterschenkel amputiert hatten, alles wegen der 80 Zigaretten am Tag, zeigte ihm verstohlen den erhobenen Daumen, weil er wusste, dass sich im doppelten Boden der Schachtel mit den Cognac-Bohnen vier Havanna-Zigarren befanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017